Okay, das mit dem Schließfach. Mit dem Schließfach werden wir höchstwahrscheinlich in der Schule oder so, weil hier ist ja nichts mit Schließfach. Okay, gut, dann werden wir höchstwahrscheinlich in unser Zimmer müssen. Wo? Was geht denn jetzt hier ab? Selbst die Namen sind falsch rum. Ach, du Scheiße. Die sprechen sogar... Ach, das ist so. Scheiße. Was geht denn jetzt hier ab? Ich muss aber das Schließfach finden. Ich muss aber das Schließfach finden. Ich muss das Schließfach finden. Ich guck nochmal kurz hier hinten. Okay, also wir können hier anscheinend nichts mehr machen. Ich guck bloß nach dem Schließfach. Das ist jetzt schon wirklich ein bisschen strange hier. Und das klingt auch total ekelhaft. Okay, er ist anscheinend ein Kindschließfach. Das ist doch nicht so schön! Ich bin so schön! Okay, ihr habt es auch alle gesehen, ich möchte trotzdem, was ist denn jetzt noch, ach, das geht jetzt auch anders. Okay, das ist alles gerade ein bisschen strange hier. Ob wir das da jetzt nochmal erleben, wie die Chloe? Oh Gott, ich hoffe nicht. Das mit dem Schließfach macht mich gerade ein bisschen körre, wenn ich ehrlich sein soll. Weil, das ist doch ein Schließfach hier unten, oder? Puh, hoffentlich verpassen wir es nicht. Gut, dann werden wir jetzt mal hier reingehen. Oh weh, wo sind wir jetzt? Oh nee, ich bin jetzt. Oh ja. Okay, da kommt jetzt so ein... Du scheiße, das ist jetzt hier überall, oder? Du scheiße. Vielleicht muss ich da hinter? Ach, das ist der Gorni. Ah, ich dachte, er rennt jetzt noch in... Churphos hoch. Kommt er jetzt? Ja, er kommt. Du scheiße. Okay, da kann ich nicht lang. Und der rennt auch hier hinten auch rum. Ach, du Scheiße. Oh, jetzt bin ich erschrocken. Oh Gott, jetzt bin ich wirklich erschrocken. Okay, wo bin ich jetzt? Bin ich wieder hier am Anfang? Ach Gott, Leute, das kann sich jetzt hier ganz schön ziehen. Ich warte, bis er jetzt nochmal hier rumgeht. Moment, kann ich da jetzt hier auch ein Bild machen? Nee, höchstwahrscheinlich nicht. Ich glaube, da muss man jetzt erst mal kurz gucken. Oh nee, ich bin da nicht so gut drin. So ein krankes Schwein, ey. Ich würde ihn am liebsten... Na... Was das soll, Mann? Ich bin... Oh, ey. Ich versuche, ich gehe das mal. Oh nein, ey. Das ist echt so eine Kacke. Okay, kommt er jetzt wieder zurück. Ist wahrscheinlich, ja, so wie der guckt. Ja. Okay, so, ich verstecke mich hier mal. Ach, du Scheiße, die ganzen Bilder. Total verstörend. Komm, schnell, schnell, schnell. Hey, Max? Ja, ach, Mann. Ja, komm. Sorry, Leute, dass sich das jetzt ganz schön zieht, aber... Okay, der kommt da lang. Jetzt laufe ich einfach mal hier jetzt lang, in der Hoffnung. Okay. Was ist denn das jetzt für eh noch? Scheiße, oh noch. Ach, sorry, Leute, dass sich das jetzt hier wirklich so zieht, aber ich kann es aufnähen. Und ich weiß auch nicht mal, wo ich jetzt hin muss. Stehe das hier irgendwo? Ich muss den Leuchtturm erreichen, okay. Ich muss den Leuchtturm erreichen. So, ich laufe jetzt hier nochmal lang. Aber wo ist der? Dort. Oh, ich habe jetzt gar nicht gelesen, was stand jetzt dort unten? Was für die Mordor? Okay, so, ja. Oh, wer ist denn das dort hinten schon wieder? Finden wir jetzt hier das? Max, where are you? Max, come out to play. It's the Warren. Ach, du Scheiße. Hier sind aber bestimmt jetzt die... Bilder und... Oh, ich wollte gerade sagen, läuft da jetzt los. Ich weiß nicht, wo das jetzt mit den Bildern... Also irgendwas, man muss... Muss mit Go stehen. Und da kommt schon der Nächster. Was, wenn Kate Marsh doch gesprungen wäre? Das war so gut. Oh, ist denn das jetzt schon wieder? Jetzt ist es da rum wieder. Sehen wir mal. Ach man, die sind doch überall. Das ist höchstwahrscheinlich falsch, dass... Max, I know you're in here. You can run, but you can't hide from your white knight. Give it off. Okay, ich muss eventuell vielleicht... Dahinter, wenn der David gleich weggeht. I found out, who went through my files. How sick David Madsen on their ass. Max, imagine if we were in that dark room together. I have to make sure you never snooperate as well. If only Kate Marsh would have jumped off that roof. I could blame Miss Koffsen and finally get her kicked out of black camp. Okay, go, go, go. Sind wir hier safe? Ja, sieht so aus. Was ist hier das mit dem Schließfach? Oh, ich hab gar keine... Ich hab echt gesagt, oh Gott, keinen Bock gerade hier nach diesem Schließfach zu suchen. Aber ich... Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Okay, ich muss vielleicht... Okay, ich muss vielleicht... Hush, hush. Ich... Hush, hush. Ich gucke mal schnell wegen dem Schließfach. Huuu! Na, heil doch, Hush, man. Okay. Go on, go on, go on. Okay, ich glaub hier ist immer etwas safer. Und ähm... Keine Ahnung, ich hab eigentlich wirklich grad überhaupt keinen Bock hier nach diesem blöden Schließfach zu suchen, weil in jeder Ecke steht... Okay. Ähm, das... Okay, ich geh jetzt mal hier lang. Oh, das... Scheiße, das ist auch einer. Und da kommt er natürlich, Utley. Wer ist das jetzt? Nathan. Okay, keine Ahnung, ich kann jetzt ein... Oh, da hinten ein Prater und seht er auch rum. Oh ja, da muss noch Jefferson. Und Frank. Oh, Mann, oh Mann. Oh, das ist so... Ja, ach, scheiße. Ich muss kurz eine kleine Pause machen. Ich muss mal schnell meine Jacke ausziehen. In diesem kleinen Moment. Da wurde man ganz schön warm. Ja, klar, setz dich erst mal hin. Das ist mein Geheimnis. Lass mich ein Sanctuary haben. Natürlich, das ist, wo Chloe und Rachel aus der Welt schlitten. Aber ich kann nicht lange schlitten. Naja. Was ich in der Realität bin, fühlt sich als ein schlechtes Traum. Ich bin einfach nicht, dass ich meine Sprache lerne. Okay, weiter geht's mal. Huch. Okay, wir haben's bald geschafft. Okay, ich warte bloß noch schnell, ob er zurückkommt. Oh, Leute, 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 go, go, go. Ach, wir können jetzt die Flaschen finden und dann ist das bestimmt das Picture, was wir suchen, da unten rechts. Oh. Na toll. Oh, nee, nie in so einer... Oh, los, go, go, go. Und da kommt schon der Nächste. Okay, also müsste ich mal probieren, ob ich... Komm ich hier rein? Nö. Komme ich jetzt schnell vorbei? Natürlich nicht. Ach, nix. Doch die Gusche, Mann. Was behämmert ist, Mann. Mann, Mann, Mann. Ja, stopp. Oh. Na toll, ob ich da... Eine. Wo finde ich noch eine? Kann ich jetzt nochmal zurück? Also blöd, wie es klingt. Zumindest sind so die Schließfächer. Die Schließfächer. Oh, das klingt so eklisch. Ähm, boah. Oh, nee. Okay, wir müssen unbedingt zu dem Schließfach. Ich will das Bild haben. Jetzt muss ich bloß... Oh. Okay, Lüfter jetzt zurück. Ich muss dorthin. Und der... Okay, los, jetzt. Ja, lass dir Zeit, Max. Scheiße, jetzt bin ich voll in der... Zwickmühle. Kann mich hier immer sehen? Oh, ich weiß es nicht. Okay, so wie wir... Okay. Oh, ho, 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 ho. Oh, Mann. Oh, ich will das schocken. Warte mal, hier war Warren, oder? Genau. Okay, so, wir fangen jetzt mal hier von halb vorn an. Oder ist das wahrscheinlich beim Warren? Nee, glaube ich nicht. Ich weiß es nicht, weil der verschwindet. Ja, nee. Ich reine, nee. Okay, ich gehtlein nochmal. Oh, da ist ein Sp... Hoch, da ist ein Spind offen. Och, Mann. Oh, die Dekuche, du kleine Schau, du bitte. Ah. Ernsthaft? Ich laufe nicht ohne Grund zurück. Oh. Okay, ich breite jetzt erstmal kurz hier rein. Dann komme ich hier nochmal kurz um. Mann, das blöde Schließfach muss doch hier irgendwo sein. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Okay, so, wir müssen jetzt erstmal Ruhe bewahren, leider. Ja, ich gehe jetzt gerade hier jetzt gerade hin, wenn der weg ist. Oh, okay, ich muss doch hier oben. Oh, okay, ich muss doch hier oben. Oh, nee, das war dumm, das war wirklich sehr, sehr dumm. Ähm, ja, das war hardcore dumm. Das war noch dümmer. Mann! Oh, da könnte ich platzen bei sowas. Ach, wisst ihr was, ich breite jetzt gleich. Ja, okay. Ach, Leute. Ach, Mann, irgendwo muss das doch sein. Sorry, Leute. Ja, excuse me, Max. Ja, du kannst dein Excuse mit jetzt sonst wo hinschieben. Weil ich glaube, der Nathan kommt jetzt hier auch gleich lang. Oh, nein. Ich guck, ich guck, ich guck was nochmal schnell hier. Ich guck, nee. Ach, Mann, das Schliedschlachs muss doch hier irgendwo sein. Ach, komm, dampf ab, du. Oh, dort war was. Warren, schließ, fach. Ach, du Scheiße. Das ist heavy. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ach, du Scheiße. Ob der wirklich so ist oder ob das einfach bloß jetzt ist, weil wir in dieser schrägen Welt gefangen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Warren so ist und dass der auch Bilder von uns im Schließfach hat und so eine Puppe. Das wird bestimmt bloß, weil wir in dieser Welt sind. Okay, so, na dann könnten wir ja theoretisch jetzt zurück. Ach, jetzt ist er sowieso safe, oder? Aber das ist ja echt krank, oder? Ach, du Scheiße. Der hat doch so eine... Der hat doch so eine krange Stimme, der Samuel. Ja, das war ja klar. Machen wir das Picture, ja. Ja, komm, kannst du mich jetzt ruhig zum Auto schaffen. Jawohl. Okay, so, jetzt fehlt uns bloß noch eine Flasche. Die ist dort, bei diesem Panner. Oder? Weil wir hatten ja, glaube ich, jetzt vier eingesammelt. So, vier, fünf, ne? Okay, und go. Los, 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 los. Ne, das war doch nicht die letzte Flasche. Warten wir nicht schon fünf jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, ich weiß nicht, woher ich lachen muss. Oh, überall. Dieses Suckface, überall ist der... Max! Oh, das klingt so eklig. Ich bin nicht hier. Nein, nein, ich bin hier nicht. Nein, nein. Oh, Alter, die sind doch überall. Okay, ich brauche jetzt hier einfach mal los. Ja, und ich... Okay, gut, wir haben das letzte Foto. Das bedeutet auch, dass die Episode gleich zu Ende ist. Und ich hoffentlich endlich... Selfie-Bewusstsein. Naja, okay. Ähm, ich bin aufs Ende gespannt. Ich... Irgendwo will ich's wissen, aber irgendwo... Oh, nee, das wird mir schon so richtig eklig. Ernsthaft? Okay. Gut, da wir ja eh kein Foto mehr machen können, ist das eigentlich die einzigste Möglichkeit hier jetzt, uns mal kurz hinzusetzen. Wir haben hier noch ein Foto mehr rauszusetzen. Okay. Und... Wir werden hier noch mal kurz hinsehen. Wir... Und wir können hier noch mal kurz hinzusetzen. Ach du Scheiße. Ich kann ja auch nichts machen. Mehr. Was ist das? Wo bin ich? Kann auch nie laufen, nichts, also Was? Ach du Scheiße, hey Max, grüßt du Chloe und Joyce von mir? Vergiss nicht zu erwähnen, dass du mich hast sterben lassen Ach du Scheiße Ach du Scheiße, was passiert hier? Ja Schlafzeug Ich denke, dass du perfekt für meine neue Foto-Serie auf Retro-Grunge Lass uns das provee ich Schlaf, Warren Max versucht uns beide zu spielen Ich glaube, sie ist nicht so inocente wie sie act nicht so in der sie versuchen zu verbinden mit uns beide Ich will nur mit dir sterben mit dir, Chloe Komm hier Guck mal, du bist eine sexy B***h. Warum spierst du mit Max, oder? Bordem. Plus, sie ist wie meine persönliche Puppette. Ich höre das. Du willst eine Party? Ich habe eine Drogenkarte in meinem Raum. Oh, Scheiße. Schau mal Max spierst auf uns. Geh mal eine Bildung, B***h. Oder ein Selfie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich liebe deine Tats, Chloe. Du bist so heiß. Ich kann nicht glauben, dass es uns sehr lange dauert. Oh mein Gott. Ich bin schon ein Schmerz. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Okay. Mysteriös. Ich gucke das nochmal schnell in mein Tagebuch, ja. Ob wir irgendwas anderes haben, weil manchmal zeigt es nie an, dass wir eine SMS haben. Ich mache das natürlich ein Schmerz. Also nur ein Schmerz, ich würde jetzt es für dieses Schmerz auf Clover rein sehen, das ist ein Schmerz. Ich glaube, der Sie hier machen, wenn wir einen Schmerz und dieses Schmerz aufcyclétieren. Und dann wenn nicht zumgeben,70 peu próprio Ar säger noch mal. Und als können wir die Schmerz auf heller oberen über�ametάλungsmacht werden.